Was machen Sie gerade? Ich sehe mir Ihren Schalen. Da ist mein Blut drauf. Ich wurde bei einer Schießerei verletzt. Der Mann, der mich angeschossen hat, hat ihn mir um den Kopf gewickelt. Dieser Eddie ist ganz schön gefährlich. Pass gut auf dich auf. Was geht hier vor? Was machen Sie hier? Nichts, überhaupt nichts. Wir haben uns hier rein zufällig getroffen. Los, machen Sie den Kofferraum auf. Und zwar auf der Stelle. Na, wird's bald. Das ist eine Falle. Du hast das eingefädelt, stimmt's? Du bist ein Bulle, hab ich recht? Da drüben, siehst du das? Irgendwas ist da los? Beeil dich, fahr hin! Der Mann ist ungewöhnlich. Kein normaler Käler. Er ist voller Leidenschaft. Du wirst mich noch erschießen. Nein, ich will dich leben. Hallo? John Woo's The Killer Du wirst mich noch mehr schafft, aber ganz toll. Du wirst mich schon wiederARDs.